Ich bin der Philipp. Ich habe die Firma 2013 mitgegründet als einer von fünf Gründern. Wir entwickeln, designen und produzieren in Otto-Brunn bei München. Wir fokussieren uns sehr stark auf leichte, integrierte E-Bike-Antriebssysteme, die einfach ein natürliches Fahren im E-Bike ermöglichen. Ja, die größten Herausforderungen sind natürlich schon die Umwelteinflüsse. Ein Fahrer ist immer draußen. Man hat Schwierigkeiten natürlich die einzelnen Komponenten zu schützen, aber auf der anderen Seite hat man natürlich die vollen Anforderungen an Lebensdauer. Das war einfach wichtig, dass wir dort die technisch beste Lösung finden und da war eine Membran auf jeden Fall elementar. Eine der Herausforderungen ist mit Sicherheit natürlich auch eine höhere Stückzahl in der Produktion. Mit einem von Saboy in dem spielgebrachten Prozess ein sehr gutes Ergebnis erzielt, was wir nach wie vor einsetzen, womit wir hoch zufrieden sind. Wenn wir die Technologie weiterhin benötigen, ist Saboy immer auf jeden Fall der erste Ansprechpartner. Also der Ausblick ist sicherlich gut, weil sich Saboy als sehr, sehr guter Lieferant und Partner erwiesen hat und wir ja auch neue Projekte schon auf den Weg gebracht haben. Durch die strategische Partnerschaft mit Porsche werden wir natürlich jetzt noch mal verstärkt und in einem größeren Maßstab neue Produkte entwickeln und auf den Markt bringen können und um wirklich technologisch ein risikofreies und sauberes Produkt zu machen. Da ist die Zusammenarbeit mit Saboy weiterhin für uns interessant und werden wir wahrscheinlich auch sogar ausbauen. Wegen der Flexibilität und einfach immer wieder neuen Innovationen und guten Ideen.